wasser läuft wunderbar kocher geht auch wasser läuft ab sitzecke die schöne u-sitzgruppe hier von unserem carclink action camp ausbau indirekte beleuchtung bett zwei meter mal 1 40 wieder ein mega geiler ausbau geworden riesen kühlschrank 1 meter 40 hoch von der firma tedford läuft schon probe und schon eis cool weitere videos folgen